In diesem Video werde ich zeigen, wie man folgende Simulation erstellen kann. Und zwar sollen die kleinen Würfel Fliegen darstellen, die sich innerhalb von dem großen Würfel bewegen. Man kann in die Kiste reingucken. Wie wir sehen, erfolgt die Bewegung dreidimensional. Die Würfel interagieren miteinander, das bedeutet, sie weichen einander aus. Und die Fliegen weichen auch den Wänden von dem großen Würfel aus. Und die ganze Simulation ist relativ einfach umzusetzen, denn die Fliegen befolgen nur zwei Regeln. Die erste Regel lautet, bleibe immer in Bewegung. Die zweite Regel ist, weiche den Hindernissen aus. Diese Simulation wurde in der Software Blender erstellt. Das ist eine Software, die zur 3D-Modellierung benutzt wird. Und ich möchte an dieser Stelle ein paar Funktionen von Blender zeigen. Wichtig dabei ist, dass ich hier die Version 2.7.9 benutze. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es nämlich schon die Beta-Version von der Version 2.8. Und soweit ich das gesehen habe, wurde diese Oberfläche stark bearbeitet. So, was wir hier sehen, sind mehrere Bereiche. Für uns ist zuerst interessant, hier dieser mittlere Bereich. Das ist die 3D-Einsicht. Man kann hier mit Hilfe der Maus navigieren. Wir sehen hier verschiedene Objekte. Einmal einen Würfel. Das hier ist eine Lampe. Das ist eine Kamera. Ich kann die Objekte auswählen, indem ich die rechte Maustaste benutze. Also, wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste auf die Lampe klicke, wird diese ausgewählt. Das ist für viele etwas verwirrend, dass man die rechte Maustaste benutzen muss. Ich kann auch mit der rechten Maustaste die Kamera auswählen. Beziehungsweise wieder den Würfel. Mit der linken Maustaste setze ich nämlich den Kaser. Wenn ich mit links klicke, wird hier so ein Fadenkreuz gesetzt. Das wäre zum Beispiel der Punkt, wo ich neue Objekte hinsetzen würde. In dieser 3D-Einsicht kann ich auch navigieren, indem ich die mittlere Maustaste drucke. Und dann kann ich die Maus bewegen und die ganze Ansicht drehen. Man kann mit dem Mausrad rein summen. Beziehungsweise wieder raus summen. Man kann sich auch zur Seite, beziehungsweise nach oben und unten bewegen. Oben und unten, da hält man die Shift-Taste gedruckt. Und kann mit Hilfe des Mausrades sich bewegen. Und zur Seite bewegen wir uns, indem wir die Steuerung-Taste gedruckt halten. Und wieder an dem Mausrad drehen. Für die Simulation benutzen wir einen speziellen Modus von Blender. Dafür klicken wir hier auf diese Fläche und wählen Blender Game aus. Für uns relevant wird die Physik von Körpern sein. Um diese einzustellen, müssen wir das Menü hier etwas vergrößern. Und in diesem Register werden wir die Eigenschaften von diesem Objekt bearbeiten. Aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal verstehen, was lokale, beziehungsweise globale Koordinaten sind. Denn für die Simulation habe ich lokale Koordinaten verwendet. Den Unterschied zwischen den lokalen und globalen Koordinaten würde ich gerne an einem Beispiel erklären. Wir stellen uns eine Stadt vor. Hier sehen wir einen Ausschnitt von einem Stadtplan. Die Punkte sollen andeuten, dass die Straßen, die wir hier sehen, dort nicht ändern, sondern dass sie einfach nicht dargestellt werden. An dieser Stelle gibt es einen Bahnhof und hier befindet sich eine Ausstellung, zum Beispiel zum Thema 3D-Simulation. Am Bahnhof gibt es eine Person und diese fragt, wie sie denn zu der Ausstellung kommen könnte. Und dann gibt es rein theoretisch zwei Möglichkeiten. Einmal eine Person, die folgende Erklärung gibt. Gehe 300 Meter geradeaus. Dann biege nach rechts ab. Dann gehe bitte wieder 500 Meter geradeaus. Biege dann links ab. Gehe wieder 500 Meter geradeaus. Biege nach rechts ab. Und gehe 170 Meter geradeaus. Dann hätten wir folgenden Weg. So, die Ausstellung wurde gefunden. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit. Und zwar, wenn wir uns einen Stadtplan angucken. Meistens werden die Stadtpläne nach den Himmelsrichtungen gedruckt oder dargestellt. Dort gibt es den Norden, dort Süden, Osten und Westen. Und man könnte eine Person treffen, die eine folgende Weckerklärung gibt. Gehe 300 Meter Richtung Osten. Gehe dann 500 Meter Richtung Süden. Gehe dann 500 Meter Richtung Osten. Und dann 170 Meter Richtung Süden. Die erste Erklärung ist sozusagen auf die Person zugeschnitten. Die sind ja auf die Person selbst bezogen. Zum Beispiel ist einmal geradeaus hier auf dem Bildschirm von links nach rechts. Wenn wir uns gedreht haben, ist es von oben nach unten. Das bedeutet, das geradeaus ist nicht immer die gleiche Richtung, sondern je nachdem, in welche Richtung die Person gedreht ist. Also diese Angaben sind auf die Person bezogen. Und wenn wir Koordinaten haben, die sich mit einem Objekt mitbewegen, sprechen wir dann von lokalen Koordinaten. Oder hier lokale Angaben. Bei der zweiten Wegbeschreibung ist die Beschreibung unabhängig davon, wie die Person gedreht ist. Die Richtungen beziehen sich auf die Himmelsrichtungen, beziehungsweise sagen wir auf die Stadt. Und wenn die Koordinaten unabhängig von der Person ist oder von den Objekten, dann sind das globale Angaben. So, hier habe ich was vergessen. Das hier ist eine Frage. Natürlich gehört da ein Fragezeichen hin. In Blender selbst bedeutet das, dass globale Koordinaten bezogen auf das 3D-Fenster sind. Der Ursprung von diesem Koordinatensystem. Dort brauchen wir drei Koordinaten, weil wir drei Dimensionen haben. Dieser hat die Koordinaten 0, 0, 0. Das ist der Schnittpunkt von den Koordinaten, äh, von den Achsen X, Y und Z. Lokale Koordinaten. Diese beziehen sich auf ein Objekt selbst. Und auch dort gibt es einen Ursprung von dem Koordinatensystem. Und dieser liegt im Zentrum eines Objektes. Schauen wir uns gleich an, wie das in Blender aussieht. Und wichtig ist, dass die Koordinaten-Axten mitbewegt bzw. mitgedreht werden mit dem Objekt. In Blender sieht die Sache mit den globalen und lokalen Koordinaten folgend aus. Wir haben hier einmal die Koordinaten-Achsen in dem 3D-Fenster. Einmal in Rot die X-Achse. In Grün die Y-Achse. Und in Blau die Z-Achse. Man kann sich das so merken. Alphabetisch gesehen sind die Achsen mit X, Y, Z bezeichnet. Und die Farbkodierung ist Rot, Grün, Blau. Also RGB. Das ist ja die Standard-Reihenfolge in ganz vielen Informatik- oder Computeranwendungen. Und hier sehen wir Koordinaten-Achsen, die an einem Objekt oder hier an dem Objektzentrum hier der Punkt sich befinden. Wenn man die Koordinaten mit links anklickt, kann man das Objekt verschieben. So, jetzt kann ich hier in dem Menü Transform und Rotieren an dem Würfel drehen. Wir drehen ja hier um das Zentrum von dem Würfel. Der Würfel wurde gedreht. Die Koordinaten-Achsen sind aber immer noch so ausgerichtet wie die Achsen von dem 3D-Fenster. Und wenn ich an den Würfel ziehe, bewege ich mich entlang dieser Achsen. Wechsle ich aber von den globalen Koordinaten in die lokalen Koordinaten. Ändert sich die Ausrichtung dieser Achsen und stimmt nicht mehr mit den Achsen des 3D-Fensters überein. Und wenn man jetzt an den Achsenpfeilen zieht, bewegen wir uns entlang der lokalen Koordinaten. Wenn ich jetzt den Würfel rotiere, diesmal benutze ich einen Tastenkürzel. Ich drucke auf R und drehe nun an den Würfel, werden die Achsen gedreht. Und die Verschiebung von Würfel kann in lokalen Koordinaten erfolgen. Kommen wir also zu der Umsetzung der Simulation. Wir wollen Fliegen in einem Raum betrachten, beziehungsweise einen Fliegenflug. So, das soll eine Fliege sein. Und wir schauen uns ein vereinfachtes Verhalten da von einer Fliege. Und ich möchte, dass die Fliege folgendes macht. Sie soll immer in Bewegung bleiben. Und sie soll Hindernissen ausweichen. So, dazu werden wir Sensoren brauchen. Und wir werden mehrfach den Radarsensor benutzen. So, bei dem Radarsensor, den kann man sich folgend vorstellen. Man hat das Zentrum des Objektes. Und von diesem Punkt aus wird ein Signal, so trichterförmig, ausgesandt. Dann gibt es einen gewissen Abstand, in dem wir Sachen registrieren können. Und hier, je nachdem wie breit unser Trichter ist, gibt es einen Öffnungswinkel. Also man kann es ja etwas weiter vorstellen. Dann hätten wir einen breiteren Bereich, in dem wir nach Objekten suchen. Oder schmaler. Und das wäre der Öffnungswinkel von unserem Radar. Und wie weit soll es gehen, wird ja durch den Abstand geregelt. Soll dieser größer werden, würde unser Trichter entsprechend größer werden. So, die Sensoren werden in ein Objektzentrum angebracht. Und da ich jetzt keine dreidimensionale Fliege zeichnen kann, werde ich stellvertretend dafür ein Flugzeug zeichnen. So, ich hoffe, dass man das erkennen kann. Und jetzt wählen wir bei einem Flugzeug lokale Koordinaten. Nach vorne ist die X-Richtung in der roten Farbe. Nach da ist die Y-Richtung in grün und in blau ist die Z-Richtung. Wir können also in dem Inneren des Flugzeugs ein Radar platzieren, das entweder in X-Richtung schaut, Y oder Z. Und entsprechend können wir auch sozusagen nach hinten gucken. Das wäre die Minus-X-Richtung. In diese Richtung wäre es die Minus-Y-Richtung. Und nach unten würden wir in Minus-Z-Richtung schauen. Und bei der Simulation werden wir folgend folgen. Die Umsetzung lautet, ändere die Flugrichtung, falls ein Radar ein Hindernis erkennt. Und da wir das Verhalten der Fliege simulieren wollen, wird es für uns einfacher sein, die lokalen Koordinaten zu wählen. Um die Fliegen zu steuern, werden wir zuerst logische Schaltungen benutzen. Und diese sind in Blender Game zu finden. Und dort muss man einen Auslöser haben, einen Sensor. Dieser schickt ein Signal an den sogenannten Controller. Und der Controller schickt das an einen Editor. Und dort erfolgt die Umsetzung von dem Steuersignal. Und das ist an sich ein altbekanntes Prinzip. Wir haben eine Eingabe. Diese Eingabe wird verarbeitet. Und nach der Verarbeitung erfolgt eine Ausgabe. Okay, dann wollen wir mal die Simulation umsetzen. Dazu wechsle ich zuerst wieder in die lokalen Koordinaten. Und die Idee ist, dass wir den Würfel als Fliege nach vorne bewegen. Und wenn wir ein Objekt vor uns mit einem Radarsensor erkennen, dann ausweichen. Und ausweichen bedeutet, wir drehen uns um eine der drei Achsen. Und damit ändern wir die Richtung, in die wir uns bewegen. Dazu müssen wir uns einmal angucken, wie wir das Drehen mit der Richtung zusammen, wie die beiden miteinander abhängen, äh, voneinander abhängen. Dann drehe ich einmal die ganze 3D-Szene so, damit die rote Achse, die X-Achse, von mir aus nach vorne zeigt. Und dann ist mir der Würfel etwas zu groß. Dann wechsle ich die, äh, das Register hier zum, zu diesem Register. Dort kann ich nämlich erstens mein Objekt drehen. Hier gibt es ja Rotation und auch Skalieren. Ich möchte den Würfel in allen Richtungen skalieren mit dem Faktor 0,1. So, jetzt wurde er in die X-Richtung skaliert. Das Ganze mache ich in allen weiteren Richtungen. So ist der Würfel etwas kleiner geworden. So, wenn ich nach links und rechts drehen möchte, muss ich mich um die blaue Achse, um die Z-Achse drehen. Wenn ich jetzt einen positiven Winkel nehme, zum Beispiel 20 Grad, dreht sich unser Würfel nach links. Bei einem negativen Winkel, zum Beispiel minus 20 Grad, dreht sich der Würfel nach rechts. Wenn ich mich jetzt nach oben oder unten bewegen möchte, muss ich mich um die gelbe Achse drehen. Das ist die Y-Achse, bei einer positiven Richtung wird der Würfel sozusagen nach unten geneigt. Bei einer negativen Drehrichtung wird der Würfel nach oben geneigt. Dann gucken wir uns noch an, was die Drehung um die rote Achse macht. Dann wird der Würfel nach links oder nach rechts gekippt. Das ist eine Bewegung, aber die ich bei der Simulation gar nicht brauche. Deshalb werden wir die Drehung um die X-Achse gar nicht betrachten. Bevor wir gleich zu der logischen Schaltung übergehen, möchte ich noch eine Sache machen. Und zwar hier in den physikalischen Eigenschaften von so einem Objekt ein Häkchen bei Akteur. Das machen wir deshalb, damit die Würfel auch aufeinander reagieren können. Nämlich nur wenn ein Häkchen, dieses Häkchen hier bei einem Objekt gesetzt ist, reagiert ein Radar auf diese Objekte. So, damit ich auch noch weiß, was ich gerade bearbeite, ändere ich auch den Namen von einem Würfel. Der soll jetzt nicht mehr Cube heißen, sondern das soll ja eine Fliege sein. So, Fliege, ein ganz schwieriges Wort. So, jetzt geht es um die logischen Schaltungen. Dazu wechseln wir von der 3D-Ansicht in die Logik-Ansicht, indem wir hier draufklicken und dann zur Logic-Editor wechseln. Und da können wir alle unsere logischen Verbindungen schalten. Das hier brauchen wir zuerst nicht. Deshalb verschiebe ich das mal, dann hätten wir mehr Platz. Was ich persönlich nicht so mag, ist, ich sehe gerne während ich schalte, auch wie meine 3D-Szene aussieht. Deshalb erstelle ich mir ein neues Fenster. Hier wechsle ich wieder zur 3D-Ansicht. Und ein neues Fenster erzeuge ich, indem ich hier auf diese diagonale Linien klicke. Mit der linken Taste ziehe ich das Ganze nach unten. Bekomme damit ein neues Fenster. Und in diesem Fenster wechsel ich zu den logischen Schaltungen. Das Erste, was passieren muss, der Würfel muss sich überhaupt bewegen. Das kann man verwirklichen, indem man jetzt einen Always-Sensor nimmt. Und dieser soll zu einer Bewegung führen, also Motion. Bei der Verarbeitung, die Signale möchte ich eigentlich gar nicht verarbeiten. Ich möchte, dass das Signal sozusagen zuerst direkt zu der Ausgabe geht. Also verbinde ich die beiden. Und wenn ich das so mache, setzt Blender dazwischen einen Endgatter. Dieser macht aber nichts, weil End von diesem Signal gibt das Signal einfach nur weiter. Bei Motion, das steht für Bewegung, gibt es ja verschiedene Typen. Dort möchte ich in Character Motion wechseln. Character Motion sind dann die lokalen Koordinaten. Bei Simple Motion wären es die globalen. Wir haben uns aber für die lokalen Koordinaten geeinigt. Und was ich machen möchte, ist, dass man sich nach vorne bewegt. So, wenn wir jetzt hier reinzoomen, sehen wir auch, wofür das Ganze hier steht. Also Log steht für Location, also Position. Und die soll sich in jedem Schritt um 0,5 in x-Richtung ändern. Und dann die y-Position, die z-Position bleibt gleich. Und rot steht für Rotation, Rotation. Mit diesem Sensor wollen wir die Rotation aber nicht verändern. Man könnte diesen Sensor auch sozusagen immer wieder auslösen, indem man hier auf so einen Button klickt oder den hier. Ich möchte aber, dass diese, dass die Geschwindigkeit nur einmal gesetzt wird. Das reicht. Und dann wird bei jeder sozusagen Berechnung mein Objekt um 0,05 nach vorne bewegt. Wir können uns das einmal anschauen, indem man auf Game und Start Game Engine klickt. So, da hat sich der Würfel wegbewegt. So, jetzt brauchen wir etwas. Ups, das wollte ich jetzt nicht so. So, hier 3D-Einsicht. Jetzt wollen wir etwas haben, womit der Würfel reagiert. Dazu füge ich eine Box hinzu. Mit Shift und A kann ich neue Objekte. Hinzufügen aus dem Bereich Mesh, nehme ich einen Cube. Das ist ein Würfel. Summe so ein bisschen raus. Ich möchte den etwas größer haben. Skaliere den mit einem Faktor 5 in allen Richtungen. Und auch diesen muss ich jetzt physikalischen Eigenschaften geben. Der muss auch nämlich auch ein Akteur werden, damit ein Radar von der Fliege darauf reagieren kann. Und damit ich wieder weiß, was es ist, nehme ich den hier zum Beispiel Box. So, jetzt starten wir die Simulation, indem wir das Spiel starten und sehen, der Würfel, der kleine Würfel kann den großen Würfel verlassen. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und zweite Sache, die uns nicht gefällt, ist, wir können ja gar nicht in das Innere von dem Würfel schauen. Dazu klicken wir hier auf Invisible. Und wenn wir jetzt das Spiel starten, wird der große Würfel nicht dargestellt. Das Letzte, was noch stört, ist, dass wir bei der Bearbeitung nicht in das Innere von dem Würfel sehen können. Und jetzt schalte ich noch den Würfel in dem Bearbeitungsmodus auf Unsichtbar, indem ich hier auf das Auge klicke. Der Würfel, also die Box ist zwar immer noch da, aber wird weder in dem Spiel noch bei der Bearbeitung dargestellt. Nun wählen wir die Box aus, das heißt die Fliege, äh, nicht die Box, nur die Fliege, Entschuldigung. So, jetzt fügen wir einen Sensor hinzu, und zwar einen Radarsensor. Den benenne ich als Radar X+. Das heißt, wir gucken mit dem Radar nach vorne, mit einem Winkel von 90 Grad. Also es gibt so einen Trichter mit einem Winkel von 90 Grad. Und dort wird geschaut, haben wir dort ein Hindernis, ja oder nein. Ich habe das ausprobiert, 1,25 ist für die Entfernung ein guter Wert. So, mit den Dreiecken hier kann man die Sachen etwas zuklappen. Damit wird es ein bisschen übersichtlicher. So, und was soll passieren, wenn wir ein Hindernis merken? Wir wollen uns bewegen, Charakter Motion. Und wenn wir ein Objekt vor uns haben, wollen wir uns drehen. In welche Richtung ist es egal, ich entscheide mich für ein Drehen nach links. Und sollte ein Hindernis auftauchen, drehe ich mich um 3 Grad nach links. Jetzt verbinde ich den Sensor mit Motion. Zoome hier etwas raus. Und jetzt gucken wir, was passiert. So, Spiel starten. Und jetzt reagiert der Würfel auf die Wände der unsichtbaren Box und fliegt sozusagen im Kreis entlang der Wände. Damit wären wir im Prinzip schon fast fertig. Nun sollen weitere Fliegen hinzukommen. Und die Fliegen sollen auch aufeinander reagieren. Momentan ist es so, dass sie nur ausweichen, wenn sie aufeinander zufliegen würden, weil sie ja nur nach vorne gucken. Wir wollen aber noch, dass die Fliegen was tun, wenn sie sich nebeneinander befinden, beziehungsweise untereinander. Und dazu füge ich jetzt Sensoren hinzu, die nach oben, unten, links und rechts schauen. Nach links schauen wäre in die positive Y-Richtung schauen. Nach rechts schauen wäre in die negative Y-Richtung. Nach oben schauen ist die positive Z-Richtung. Nach unten schauen ist die negative Z-Richtung. Dann füge ich entsprechende Radarsensoren hinzu. So, wir schauen jetzt einmal nach links. Das nenne ich dann Radar Y+. Gucke in die Plus-Y-Richtung unter dem Winkel von 90 Grad. Wenn die Fliegen aufeinander reagieren, sind wir da so etwas größtügiger und gucken nur bei einer Distanz von 0,5. So, ich merke schon, hier könnten wir gleich durcheinander kommen. Ich nenne hier diese Reaktion links, links vorne. So, dann, wenn wir ein Objekt links von uns haben, wollen wir uns natürlich nach rechts drehen. Dazu füge ich eine weitere Drehung hinzu. und wir wollen uns nach rechts drehen. Das bedeutet, eine negative Richtung um die Z-Achse nehmen wir minus 3 Grad. Verbinden die, sodass es jetzt eine Drehung nach rechts drehen. So, und nun folgen alle weiteren Sensoren. Okay, dann einmal checken, ob alles richtig ist. Radar X+, Öffnungswinkel und Entfernung stimmt. Dann wollen wir uns nach links drehen. Das passt, das sind die lokalen Koordinaten. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir nach links. Und wenn links ein Hindernis ist, drehen wir uns nach rechts in lokalen Koordinaten. Das passt auch. Dann, wenn wir ein Hindernis rechts von uns haben, wollen wir uns nach links drehen. Das passt auch, lokalen Koordinaten stimmen. Wenn über uns ein Hindernis ist, Öffnungswinkel passt, wollen wir uns nach unten bewegen. Das passt. Und schließlich, wenn unter uns ein Objekt ist, Öffnungswinkel und die Entfernung passt, da wollen wir uns nach oben bewegen. Das passt also auch. So, damit wären wir mit der logischen Schaltung fertig. Ich brauche sie jetzt nicht mehr. Deshalb drücke ich hier wieder, klicke ich wieder auf hier diese Diagonalstriche und ziehe sie über das obere Fenster. Das Fenster verschwindet damit. Und bevor ich die Simulation ganz starte, möchte ich ein paar Tests durchführen. Eine Fliege ist ein bisschen langweilig. Diese möchte ich jetzt duplizieren. Man könnte einen Tastengürzel nehmen. Den kann ich mir aber nicht merken. Es ist Shift, Alt oder Steuerung und D. Gefühlt gibt es jetzt für jede Tastenkombination eine Aktion in Blender. Ich mache das immer so. Ich drücke auf die Leertaste. Tippe DUP für Duplicate. Und klicke einfach hier drauf für Objekte duplizieren. Duplicate Object. Und wir sehen hier, hier wurde eine neue Fliege. Fliege Punkt 001 erstellt. Die hat momentan die gleichen Koordinaten wie die erste Fliege. Wenn ich aber an der Achse ziehe, sehe ich die zweite Fliege. Und jetzt wollen wir schauen, ob sich diese Fliegen ausweichen. Ich bewege sie ein bisschen weiter auseinander. Und diese Fliege drehe ich mal um die Z-Achse, um 180 Grad. Jetzt werden die Fliegen aufeinander fliegen. Und wir schauen, ob sie einander ausweichen. Ich drehe die Ansicht so ein bisschen weiter nach oben. Dann sehen wir gegebenenfalls das Ausweismanöver. So, das sieht gut aus. Beide Fliegen reagieren auch mit den Wänden. Und auch aufeinander. Das passt. So, jetzt wollen wir gucken, ob wir die Sensoren richtig eingestellt haben. Wenn die Fliegen nebeneinander sind, dann lassen wir die Fliegen sich nebeneinander bewegen. Wenn sie nebeneinander sind, musste die linke Fliege nach links fliegen und die rechte Fliege nach rechts. Mal schauen, ob das der Fall ist. Ja. Und der letzte Test. Wir setzen die Fliegen übereinander. Und jetzt erwarte ich, dass die obere Fliege sich nach oben bewegt, die untere Fliege nach unten. Das ist auch der Fall. So, zwei Fliegen sind immer noch ziemlich langweilig. Deshalb mache ich einen Trick und benutze den exponentiellen Wachstum, indem ich die Fliegen, alle Fliegen, die ich habe, verdopple. Ich benutze ein Markierungswerkzeug, indem ich die Taste B drucke, wähle damit die beiden Fliegen, Leertaste, Objekte duplizieren, jetzt habe ich vier Fliegen, wieder die B-Taste, Objekte duplizieren, jetzt sind es acht Stück. Wieder alle Fliegen auswählen, Objekte duplizieren, jetzt dürften es sechzehn Stück sein, markieren wir wieder alle, duplizieren, das dürfen 32 sein, und So, ich sollte es zuerst duplizieren, Fliegen dupliziert. So, jetzt starten die Fliegen in einer Würfelkonstellation. So, ich merke gerade, dass ich auch immer wieder eine Lampe markiert habe. Das bedeutet, dass wir hier mehrere Lampen haben müssen. Genau, also ich habe aus Versehen auch die Lampen kopiert, es ist aber nicht schlimm. So, jetzt wähle ich die Lampe 001 aus, drücke auf die Entfernungstaste, so wird diese Lampe gelöscht. Die Lampe 1 lasse ich, die hier lösche ich, und die hier auch. Bei den Kameras scheint es nur eine zu geben, also versehentlich habe ich die Lampen dupliziert. Okay, jetzt summen wir etwas raus, und lassen die Fliegen fliegen. So, das sieht gerade nicht so flüssig aus, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass ich gerade eine Bildschirmaufnahme durchführe. Und diese hat Priorität, deshalb bekommt Blender gar nicht so viel Arbeitsspeicher. Vielen Dank. So, jetzt läuft die Simulation etwas flüssiger. Und die Fliegen bewegen sich innerhalb der Box.